So, wir befinden uns heute mal auf der Kieler Woche und wir wollen mal gucken, was hier so passiert. Viel Spaß! Ja, hier auf der Kieler Woche sind alle Nationen vertreten, auch die Holländer sind hier, wie ihr seht, und trauern noch ein bisschen wegen dem verlorenen Finale. Hier unser Mann, der will ein bisschen auf Show machen hier und fühlt sich jetzt cool, weil er da rüberspringt. Er traut sich nicht mehr, das ist voll die Pussy. Ich bin eben auch noch kurz gefahren, aber haben wir nicht aufgenommen. Ich bin auch nicht nass geworden, weil ich muss mich hier nicht so zur Show stellen. Was möchte der Künstler damit ausdrücken? Misserfolg. Mein Leben ist scheiße. Meine Frage ist, ist das nicht der Typ vom Supertalent? Der macht nichts anderes als Drehen. Der dreht sich und dreht sich. Guck mal, selbst wenn die Musik aus ist, der dreht sich immer weiter. Der macht nichts anderes. Selbst wenn keine Musik mehr da ist, der dreht sich. Es ist er doch, oder? Matze, es reicht. Bist du so fasziniert, jetzt können wir uns weiter. Der dreht sich auch morgen noch. Der dreht sich die ganze Kieler Woche durch. Die ganze Woche lang. Abends. Du kannst nachts um Drehen kommen. Er dreht sich. Ich hab mir das nicht ausgesucht. Warte, ich mach ein Foto. Super. Habt ihr Alkohol getrunken, Mädels? Ich glaube, das Video wird ganz anders, als sie das geplant haben. Wie hast du eigentlich mit dem Typ angefangen, ganz ehrlich? Wo ist Sandra? Wo ist Sandra? Wo ist Sandra? Wo ist Sandra? Jeder Zweite, der mich trifft, fragt mich, wo Sandra ist. Ich hab keine Ahnung, wo Sandra ist. Es ist mir auch scheißegal. Airbrush-Tattoo. Originalgröße. Wasserfest. Bis zu 14 Tagen haltbar. Soll ich? Und welches? Pass auf. Du suchst mir eins aus. Ich guck nicht hin. Wenn's fertig ist, guck ich rauf. Ich guck nicht hin. Aber ich war relativ freundlich. Das ist aber kein echtes, oder? Ich mach's einfach so, oder so. Ich mach's einfach so, oder so. Ich mach's einfach so. Mach mal so ein bisschen schwer. So? Ja. Ah! Ich brauch gar nicht so zu lachen. Ihr seid die Nächsten hier. Nee, ich guck noch nicht. Ich guck noch nicht. Wenn du mir da irgendeinen Scheiß drauf hast. Nein, das ging noch. Ich war echt freundlich. Fertig? Wollt ich so was Cooles so haben? Ja. Ja? Ja, das freu mich schon. Hä? Okay, jetzt ist der... Wollt' ich gucken? Diva? Diva? Ja. Ist in Ordnung. Okay. Ja, vielen Dank, ne? Vielen Dank. Ich bekomme ja noch Geld. Ja, gut. Ach ja. So, jetzt aber, ne? Moment, Moment. Tschüss! Nein! Gibt's dir gut? Nein, ich hab ein Möckenstück auf meinem Auge. Auf dem Auge? Auf dem Auge? Ja. Oh, das ist aber nicht so schön. Nein, das ist nicht so schön. Ja, cool. Was macht ihr? Chin? Nein, ihr macht verrückte Sachen. Ach, wir machen crazy things. Weiß ich. Ja. Ich sehe das, dass sie verrückte Sachen machen. Crazy things machen wir. Ich bin eine Diva. Wieso bist du eine Diva? Weil Matze das so findet. Ehrlich? Mh. Schmecken deine Donuts? Ja. Nö. Gut, dann esse ich auch keine. Oh, hallo. Oh, hallo. Oh, hallo. Ich bin Herr Tutorial. Ihr habt mich erkannt. Ja, können wir machen. Ähm. Wo denn? Ach, die gehören auch noch zu euch. Hallo, natürlich vor dem... Vor meinem... Mit ihrem Hintergrund. Die ist so... So. 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 Oh, Mann. Ich hab keine Lust mehr. Oh, ja. 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 Hallo. Na? Geht's dir gut? Ja. Alles okay bei dir? Ja. Geht's dir nicht gut? Ja. Ja. Und jetzt? Sollen die ein bisschen Musik spielen für uns? So. Ja, dankeschön. Tschüss. Fresh Torgel kauft sich eine Spreit. Die Sensation des Tages. Fresh Torgel kauft sich eine Spreit. Soll ich's tun? Ja. Aber... ich darf es nicht tun, es hat doch am letzten Mal nicht geklappt. Nee, das ist die gleiche Musik beim letzten Mal. Nee, das ist die gleiche Musik beim letzten Mal. Nee, das ist die gleiche Musik beim letzten Mal. das betrug das geht überhaupt nicht das gibt es doch nicht das ist kaputt schon wieder ich habe auch nichts gedrückt naja möchte ich noch jemanden grüßen ein bisschen werbung machen vorher einen kanal also ich gucke mir immer nur die leute ich bin der kameramann der bringt das wirklich ins und der kameramann der kameran der macht lohnerhöhung lohnerhöhung das ist doch gar kein lohn ja lüge er lügt ich hab kein star warte wir kriegen unser film irgendwann noch über die kieler woche aber im moment noch nicht wir warten jetzt hier gerade dass die fähre durchfährt ein typisch deutsches phänomen ist wenn ein schiff vorbeifährt machen die leute was und meistens winken sie auch zurück aber die haben irgendwie keinen bock hallo ja winken doch wenigstens einmal so wir hören nicht auf bis ihr zurück winkt hallo ja danke so da kommt jetzt das schiff das 700 283 schiff interessante sagen übrigens die ich gerade gesagt habe und wir warten immer noch dass wir über die brücke können und alle leute die auf diesem schiff sind sind kacke alle wie sie da gucken jetzt müssen sie nur noch winken lustig lustig hat gesagt schmeißt die kamera weg ja ihr auch alle kacke auch alle vor allem alle die in den weißen jacken alle kacke alle die fotos machen alle kacke endlich minkt einer gott sei dank habe ich doch gesagt ja so nun sie zu alle kacke er klappt mir bestimmt die brieftasche wenn ich das machen achte bitte drauf mein erster aufruf wenn er sich mal bewegen darf so jetzt zeig ich euch mal absoluten kracher dieser mann der sieht so aus als würde er sich nicht bewegen aber wenn ich da gleich was rein tun dann kommt der absolute kracher ja ja deutsch ja ja was geht was geht ab er hat gefragt was geht ab ach so aus kiel nein ich habe verstanden was geht nie nicht aus kiel von der nordsee von der nordsee ja auch so vielen dank auch so super typ ich habe verstanden was geht ab wussten wo ist für meine schwester ich will meine schwester mal was mitbringen die ist so süß ich habe dir was für schwester für eine schwester für meine schwester für die zweitgeborene ja klar ich muss nur meine schwester gerade abholen hier zu sehr gegrenzt okay ich muss ich muss mich ein bisschen entspannen entschuldigung ich war ein bisschen over the top entschuldigung okay alles klar gerne was gibt es hier hat mich angelächelt nein sie hat mich angelächelt sie hat mich angelächelt kommen wir klären das hallo hast du eben das ist nur eine ego-sache hast du ihn angelächelt oder hast du mich angelächelt ja das war unser ausflug zur kieler woche ich hoffe es hat euch gefallen ich schalte jetzt zurück zu torge in die sendezentrale tschüss vielen dank für diese charmante überleitung ich merke gerade ein bisschen kleiner noch habe es keine lust wieder aufzustehen ja vielen dank dass ihr euch das video angeguckt habt da oben seht ihr ein mein letztes video das ist warte lass mich kurz überlegen was war mein letztes video ach ja ich beantworte ich beantworte eure fragen ihr habt mir ja fragen geschickt und die beantworte ich in dem video und im unteren das video das weiß ich noch nicht da stelle ich irgendeines rein was auch gut ist welches aber schon ein bisschen älter ist auf der anderen seite hier neben mir ist sandra aber da seht ihr auch darüber meinen kanal da könnt ihr mal draufklicken und euch ein bisschen durchklicken würde ich mich freuen es gibt facebook ich bin da unten in der video beschreibung könnt ihr das sehen da erfahrt ihr immer alle braktuellen news ich wünsche euch ein wunderschönes wochenende genießt die sonne heute scheint hier tatsächlich mal die sonne hast du ihn angelächelt oder hast du mich angelächelt